Dann im Januar im Achtelfinale. Der HSV ja mit dem letzten Pokalsieg 1987. Ist noch nicht so lange her, Peter. Nicht so lange her. So, zwei Partien haben wir noch. RB Leipzig. RB. Okay, letztes Jahr im Finale gegen den BVB. Der kann es jetzt nicht mehr werden im Achtelfinale. FC Hansa Rostock. Mensch. Ja, siehste. Dann nehmen sie die Route gleich nach Süden, ein paar hundert Kilometer nach Leipzig. Die Rostocker, der Zweitligist. Letzter DDR-Pokalsieger 1991. FC Hansa.